Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Aaron. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wenn dieses Video online geht, dann ist der 24. Dezember. Daher möchte ich euch auf diesem Weg als erstes ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest wünschen. Am Ende des Jahres ist es soweit. Wir schauen uns mal die besten Werte aus meinem Portfolio an. Das habe ich die letzten, ich glaube, drei Jahre jetzt schon gemacht und es war in der Vergangenheit ja doch irgendwie eigentlich ziemlich langweilig, weil es waren immer die gleichen Werte, die zumindest so unter den Top 10 waren, ein bisschen durchrotiert. Eine Microsoft, eine Apple, eine Nike, eine BlackRock, die waren da eigentlich immer irgendwie dabei. Und ja, das Jahr 2022, da sieht es ein kleines bisschen anders aus, sagen wir es mal so. Also bei mir hat sich natürlich in der Portfolio-Zusammenstellung einiges geändert. Normalerweise war das bei mir immer so, mit Abstand die größte Position war eine Microsoft auf Platz 2, Shell, dann Unilever, Texas Instruments, dann Visa, Mastercard, dann McDonalds und so weiter und so fort. Dann kam der ganze andere Bi-Ba-Bo und wenn wir uns das jetzt anschauen, okay, Microsoft ist ja noch auf der 1, dann Shell, dann haben wir die zwei ETFs, eine Home Depot, Realty Income, Starbucks, British American Tobacco und da haben wir eine Unilever, eine BlackRock, Texas Instruments, Philip Maus und so weiter. Aber Mastercard und Visa, die haben wir jetzt hier hinten mit 2% jeweils in etwa gewichtet. Also da hat sich bei mir im Portfolio doch eine ganze Menge verändert und natürlich die Werte, die dieses Jahr performt haben, sind ganz, ganz andere als noch in der Vergangenheit. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die die meisten jetzt rein auf das Portfolio, rein auf Unternehmensebene bezogen überraschen wird. Man dachte ja sicherlich, dass nach den Jahren 2020, 2021, die doch ja sehr, sehr speziell waren, einfach geschuldet durch diese Lockdowns, durch die Folgen der Pandemie, sagt man es mal so. Und dann, da hatte man die Hoffnung im Jahr 2022, jetzt wird alles so ein kleines bisschen anders. Es ist anders gekommen, ohne Frage, aber sicherlich anders, als die meisten sich es vorgestellt hatten. Ich erinnere mich, wie gut Anfang des Jahres, habe ich ein Video gemacht, über unrealistische Renditeerwartungen, was da so die jungen Anleger, vor allem oder Leute, die gerade ganz frisch an die Börse gekommen sind, was man für Erwartungen an die Zukunft hat, so von den durchschnittlichen Renditen. Und dann kam das Jahr 2022. Na, ich bin gespannt, wie die Aktionärszahlen dieses Jahr ausschauen werden. Ich hoffe natürlich, dass wir keinen Debakel erleben, aber ich bin da, ja, nicht ganz so optimistisch, muss man mal sagen. Okay, überlegen wir mal, wie sah es in den letzten beiden Jahren aus? Ich habe es hier mal mitgebracht, natürlich große Überraschung, ich habe eine Excel-Tabelle mit. Und da sehen wir, dass ich habe jetzt hier, okay, das haben wir, eins, zwei, drei Mal habe ich es bereits gemacht, 19, 20, 21 und was haben wir da? Da haben wir hier zum Beispiel 19 und 20, da war jeweils Apple auf Platz 1 und ich meine im Jahr 2019 und 20 und ich glaube im Jahr 2021 stand Apple irgendwie auf Platz 7 oder sowas. Was haben wir dann? Eine Microsoft haben wir hier, eine Microsoft haben wir hier und eine Microsoft haben wir hier, eine Nike, das war auch und die ist dann hier auch irgendwie auf Platz 9 gewesen oder sowas, Procter & Gamble, okay, die nicht, aber eine BlackRock hatten wir hier, eine BlackRock hatten wir hier und auch eine BlackRock hatten wir hier. Also eigentlich vier Unternehmen, die ansonsten in meiner Top 5 waren, die, ja, sind in diesem Jahr, ich glaube alle, mit einer ziemlich gruseligen Performance dabei, ich glaube, die haben alle irgendwie minus 20, minus 30 Prozent oder sowas. Nike vielleicht, nee, gut, nach den Quartalszahlen, jetzt vielleicht ein bisschen besser, aber okay. Ja, bis jetzt war es so, okay, das Jahr 2021 war noch ein bisschen speziell, da hat man zum Beispiel sowas wie eine Wells Fargo hier auf 1 gehabt, aber das lag natürlich daran, dass die einfach im Jahr 2020 45 Prozent oder sowas verloren hat und es war eigentlich nur der Nachholeffekt und auch eine Home Depot, okay, 2021, Leute waren halt eingesperrt, haben aber Kohle gekriegt ohne Ende und haben, ja, ihre Häuser renoviert. Das waren auch gewissermaßen Sondereffekte und man muss auch sagen, in diesem Jahr sieht es letztendlich nicht anders aus. Das Unternehmen, was nämlich bei mir auf Platz 1 ist, ist eine Northrop Grumman. Das ist ein Rüstungshersteller aus den USA, ist jetzt sicherlich etwas bekannter in den letzten Tagen geworden, weil die US Air Force, beziehungsweise Northrop Grumman, den neuen Bomber, den strategischen Bomber der USA vorgestellt haben, und zwar den B-21 Bomber. Das ist dieses ikonische, ja, Teil, hat jeder wahrscheinlich schon mal gesehen. Der wird unter anderem von Northrop Grumman hergestellt und, ja, dadurch ist der Name wahrscheinlich den meisten ein Begriff. Aber warum ist dieses Unternehmen so eskaliert? In diesem Jahr ist natürlich ein Sondereffekt. Ich habe es hier mal rausgesucht im Aktienfinder, weil wenn wir uns mal die Zahlen angucken, jetzt hier aus dem Jahr 2022, da ist jetzt nichts Besonderes passiert, aber, aber, aber es ist natürlich Anfang Februar, Ende Februar ist der Krieg zwischen Russland und der Ukraine ausgebrochen und das hat natürlich alle Rüstungshersteller entsprechend befeuert. Das heißt, wenn wir uns hier das angucken, den Fernwert, dann sehen wir, es gab hier Anfang, ja, hier den Sprung nach oben. Na gut, ich hoffe, man kann das erkennen. Also es gab hier in etwa den Sprung nach oben von, was hatten wir hier von Anfang des Jahres hier? Da ging es um, na gut, gut 10% ging es hier quasi nach oben gesprungen und danach ging es aber letztendlich weiter. So nach oben halt die Rüstungshersteller profitieren nicht direkt, also sind nicht in diesem Jahr jetzt direkt betroffen, aber man geht davon aus, oder die Börse hat in diesem Jahr nun mal eingepreist, dass man davon ausgeht, dass die Staaten der westlichen Welt ihre Rüstungsausgaben deutlich nach oben fahren werden und da wird unter anderem Northrop Grumman enorm von profitieren, unter anderem, wenn es um den B21-Bomber geht, aber da gibt es auch noch viele andere Bereiche, die bei Northrop Grumman dazugehören, ist halt ein klassischer Rüstungskonzern aus den USA, ist einer der großen Profiteure in diesem Jahr. Auf Platz Nummer 2 ein Unternehmen, ja, freut mich natürlich besonders, Shell mit 42%, weil Shell ist nun mal eine meiner größten Positionen im Depot und ist natürlich schön, wenn in so einem Jahr, wo es eigentlich nicht so gut läuft, aber eine deiner größten Positionen doch eine Rendite von 40% abliefert, das ist natürlich der Wahnsinn und das liegt natürlich auch, okay, Shell ist auch ein größer Gasproduzent, ist natürlich auch dahingehend, ja, von dem Einmaleffekt Anfang des Jahres betroffen worden und ganz grundsätzlich, alle Öl- und Gasunternehmen laufen gerade ziemlich ordentlich, ich meine, das muss sich niemandem was vormachen, wir wissen, wie die Situation ist, was die Kosten für Energie sind und nachdem diese Unternehmen, muss man sagen, Shell hat natürlich insbesondere im Jahr 2020 unfassbar stark gelitten, man hat den seit Zweiten Weltkrieg erstmalig die Dividende gekürzt, hat sie zwar jetzt wieder erhöht, aber man ist nach wie vor nicht auf dem Niveau von 2019 oder 2018 angekommen, wir sind noch ein ganzes Stückchen unten drunter, das heißt, wir haben jetzt quasi, wir sind auch vom Kurs her noch nicht wieder dort angekommen, wo wir 2019 waren, das heißt, wir haben letztendlich, nähern wir uns langsam diesen Kursen von 2019 wieder an, so wie Wells Fargo letztes Jahr quasi einen Nachholeffekt hatte, hat Shell das in diesem Jahr gehabt. Auf Platz Nummer 3, Lockheed Martin, Lockheed Martin, ähm, Martin, Martin wird es glaube ich geschrieben, aber Martin ausgesprochen, ist letztendlich ähnlich wie Northrop Grumman, aber der Laden ist ein kleines bisschen größer, die profitieren vor allem von sehr langfristigen Verträgen, was die F-35 anbelangt und die haben natürlich auch Anfang des Jahres einen heftigen Satz nach oben gemacht, ich glaube, drei neue, drei neue Länder haben bei der F-35 unterschrieben, jetzt Deutschland hat jetzt unterschrieben, ähm, zu verrückten Konditionen, ich glaube, die Schweiz hat noch unterschrieben und, ähm, Finnland hat ebenfalls noch unterschrieben und ansonsten natürlich Lockheed ist jetzt viel in den Nachrichten, was natürlich an, an, an Rüstung, ähm, in die Ukraine geliefert wird, stammt natürlich zu soliden Teilen von Lockheed Martin und man geht natürlich davon aus, dass in der nahen Zukunft der, die westlichen Länder, die primär die Kunden von Lockheed sind, allen voran die US-Regierung, einfach den Rüstungsetat erhöhen wird und da wird natürlich Lockheed profitieren. Dann haben wir, wobei man sagen muss, auch Lockheed, ähm, hat lange, lief lange nicht so gut, ich glaube, wir sind bei Lockheed auch noch nicht auf den Zahlen aus dem Jahr, ähm, 2019. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob wir die Zahlen von, bei Lockheed schon wieder haben, ich glaube fast nicht, ähm, bei Lockheed, ähm, gucken wir mal, ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Chart, wirklich wie am Schnürchen nach oben und zwar, wenn wir hier, nee, Moment, wir gucken mal beim fairen Wert, hier müsste man das sehen, ah doch, jetzt haben wir es gerade so geschafft, okay, wir haben gerade die Zahlen aus dem Jahr 2020 quasi wieder geknackt, wir sind jetzt hier bei, okay, 480 Dollar, haben wir, oh, da ging es aber hier nochmal einen ordentlichen Satz jetzt nach oben, im Oktober, na, Quartalszahlen waren das, glaube ich, die waren ganz ordentlich, oder? Ähm, ja, da haben wir hier, was hatten wir hier die Spitze? 437 und jetzt sind wir bei 480, also haben wir jetzt das Teil der Tränen hier nach Covid quasi hinter uns gelassen und haben quasi durch, ähm, ja, den Satz nach oben, ähm, mitgemacht. So, ist natürlich ein bisschen bitter, muss ich, muss ich sagen, dass in diesem Jahr, die Rüstungs- und Ölkonzerne, wobei, Öl ist, okay, doch, doch, das ist schon in Ordnung, ich denke, dass die Rüstungskonzerne dieses Jahr so eine Sonderkonjunktur hatten, ist natürlich bitter, ähm, und ich wünschte auch, dass das anders wäre, ich möchte auch, ähm, da vielleicht, das sollte jetzt gar nicht Inhalt dieses Videos werden, aber ich kann mir schon vorstellen, was gleich für Kommentare kommen, deswegen möchte ich mal 3, 4 Worte dazu verlieren, ähm, ähm, ich möchte, selber nie in Berührung kommen, mit Produkten von Lockheed, von Northrop, oder von irgendwelchen anderen Rüstungskonzernen, und ich wünsche auch niemand anderen auf dieser Welt, dass man in Berührung mit diesen, ähm, Produkten kommt, und ich kann durchaus verstehen und nachvollziehen, wenn man sagt, man möchte diese Unternehmen nicht im Portfolio haben, weil was die herstellen an Waffen, das ist, das ist ultra gruselig, wenn man sich damit auseinandersetzt, und was das dann, ähm, was das Ergebnis davon ist. Warum habe ich diese Unternehmen trotzdem im Portfolio? Ich lebe eigentlich sehr gern auf dieser Welt, ich lebe gern auf dieser Welt, die natürlich von den USA dominiert ist. Die USA ist das, die, das Imperium unserer Zeit, könnte man vielleicht sagen, die Hegemonialmacht unserer Zeit, und ich bin auch ganz, die USA sind ohne Frage keine Enge, die USA haben sicherlich unfassbar viele Fehler, und verhalten sich natürlich in vielen Punkten, einfach wie das, wie ein Imperium sich nun mal verhält. Ähm, die Regeln gelten für andere, insbesondere, aber dennoch ist es mir sehr wichtig, oder ich bin sehr froh, dass ich in einer Zeit lebe, wo das Imperium dieser Welt die USA sind, und nicht etwa Russland, oder beispielsweise China. Wenn ich mir die Zustände in China angucke, oder auch in Russland, ähm, da bin ich sehr, sehr froh, dass die USA die Hegemonialmacht dieser Erde sind, und das sind sie, das sind nur 300 Millionen Menschen. Aber dass die, das sind, dass die USA diese Macht sind, das liegt am technologischen Fortschritt, und dass die Amerikaner einfach die sind, die technologisch allen anderen Nationen in der breiten Masse überlegen sind, und dass die Wirtschaftsleistung da einfach was anderes ist. Und ich glaube, dass diese Unternehmen, wie Northrop Grumman, der erste Sixth Generation, ähm, Laser, den man, der je auf der Erde, ähm, verwendet worden ist, stammt, ist jetzt dieses Jahr veröffentlicht worden, von Lockheed. Wenn man sich anguckt, was im F-35, wie der Helm funktioniert, das, das, das ist abgespaced, das ist, das ist verrückter, das ist, das ist Science Fiction, was da, was da irgendwie, abgeht. Und ich bin ganz froh, dass diese Unternehmen dafür sorgen, dass die USA, dass die westliche Welt, ähm, ja, den technologischen Fortschritt, oder die, ja, die technologische Überlegenheit, gegenüber Russland und anderen Ländern haben. Und da, und insbesondere natürlich China. Und da bin ich ganz froh, und da möchte ich natürlich auch, dass diese Unternehmen mit entsprechend Eigenkapital ausgestattet sind, ähm, und, ja, an und für sich macht es für die Unternehmen keinen Unterschied, ob ich das Unternehmen halte, oder ob irgendjemand anders das Ganze hält. Für mich ist das einfach quasi genau so eine Versicherung, auch so ein bisschen, ich habe immer im Hinterkopf, ich hatte keine Ahnung, was Anfang des Jahres passiert, aber ich habe immer so ganz fern im Hinterkopf irgendwie, könnte auch noch, dass irgendwann mal mit China eskalieren ist. Insbesondere in diesem Jahr hat sich das natürlich weiter zugespitzt, ähm, wenn man sich die Reden von Xi Jinping anhört, ähm, ich weiß nicht, was auf der Welt passiert, und ich weiß auch nicht, was da mit meinem Portfolio passiert. Und für mich sind es einfach so, ich möchte einen gewissen, das ist ja vielleicht wie eine Versicherung, könnte man sagen, vielleicht gibt es da auch einfachere Möglichkeiten, das irgendwie abzusichern, aber wie dem auch sei, für mich sind das einfach wie Versicherungen gegen den Weltuntergang, sage ich mal. Wenn alles in die Knie geht, ähm, dann sieht man letztendlich dieses Jahr, viele Dinge sind in die Knie gegangen, aber es ist eben das passiert, und da haben diese Werte in meinem Portfolio das gemacht, was sie sollen. Ich bin kein Freund von Krieg oder irgend sowas, ich weiß, dass mir da immer ganz verrückte Dinge unterstellt werden, und ich kann jeden verstehen, der diese Werte nicht im Portfolio haben will. So, eigentlich wollte ich darüber gar nicht sprechen, aber, ähm, das wollte ich doch nochmal dazu sagen. So, Punkt Nummer 4, wer kommt als nächstes? AppWi, AppWi, ja, ähm, habe ich schon ein paar Mal drüber gesprochen, verrückt, das, ähm, AppWi habe ich eine ganz kleine Position gekauft, und war mir eigentlich relativ sicher, dass das Unternehmen ziemlich hoch bewertet ist, und dass das, ja, ähm, dass das Unternehmen sich so entwickelt hat, hätte ich nicht erwartet, das ist ja schon 2021 unfassbar gut gelaufen halt, ja, ich sage mal, kann man ja nicht, ähm, Biotechnologie nennt man das, glaube ich, gar nicht, gar nicht, gar nicht mehr als Pharmaunternehmen, weil das letzte Unternehmen, das freut mich besonders in diesem Jahr, dass das so gut gelaufen ist, und zwar ist das Agiliat Sciences, und zwar, jetzt gehen wir hier mal rein, jetzt kann ich ja die Werte zeigen, von diesem Jahr, aktuelles Jahr, auf Platz 5, Agiliat, ähm, okay, ich habe das Video vor, ich habe die, die Tabelle da gerade vor ein paar Minuten angelegt, jetzt sind ja noch ein paar kleine Veränderungen drin, jetzt sind wir hier bei 25,6%, und hier hat man 26, okay, dann ist Giliat gerade eben noch ein kleines bisschen gefallen, und zwar, guckt euch mal den langfristigen Chart hier von Giliat an, da seht ihr nämlich hier, da ist überhaupt nichts passiert, seitdem ich das Unternehmen bespare, das ist ja hier schon seit Anfang 18, da ist ja gar nichts passiert bei dem Unternehmen, es ging einfach nur seitwärts, und jetzt, dieses Jahr gab es den Satz nach oben, okay, es gab schon mal den Satz nach oben hier, bei, ähm, ähm, als Covid ausgebrochen ist, weil man halt mit Remdesivir oder so hieß das, quasi dieses erste Covid-Medikament auf dem Markt hatte, hat sich ja dann relativ schnell gezeigt, na, so geil ist das doch nicht, ähm, und ging dann auch ins, in, in Keller, und jetzt scheint es aber so zu sein, dass endlich nach, nach vielen, vielen Jahren Trauerphase, scheint es geklappt zu haben, und ich hab hier mal rausgesucht, woran, woran hat er dir legen, woran hat er dir legen, Moment, wir gehen hier mal, gucken uns schnell das noch im, im Aktienfinder an, Giliat, weil das Unternehmen hier, guckt mal, das läuft einfach nur seitwärts, und schaut euch das mal den Qualitätscheck an, das ist auch verständlich, weil, wenn man mal Gewinne mit Abschreibung, so eine Sache, guckt mal, uns hier mal den bereichenden Cashflow an, guckt mal, das Unternehmen läuft halt einfach auch wirklich, das ist immer das Schöne, manchmal ist es halt genauso rational, ja, also man sagt ja immer, dass die, die Börsenkurse langfristig der Gewinnentwicklung des Unternehmens folgen müssen, ähm, und hier siehst du das, das ging die ganze Zeit über, nachdem man hier diesen extremen Spike hatten, ähm, ging es einfach nur, ähm, seitwärts, und genau so ist natürlich auch der Aktienkurs verlaufen, und dann war hier kurz mal die Hoffnung mit dem, mit Remdesivir, dass das ein bisschen nach oben geht, ähm, aber hat sich dann halt nicht, ähm, materialisiert, und dadurch, ähm, ja, ging es dann letztendlich wieder einfach nur seitwärts, aber, 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 und dann kamen die Quartalszahlen im, für Ende des dritten Quartals, und ich habe sie hier nochmal rausgesucht, Giliad Sciences, hier haben wir es, und zwar, was hat man, erst mal, ähm, der Umsatz sinkt 5% year over year, wenn man sich nur auf die nackten Zahlen anguckt, 5% geht das runter, okay, das ist nicht so geil, und das Nettoeinkommen fällt um 31%, oh Gott, das sind nicht so die besten Zahlen, ähm, aber das liegt halt insbesondere daran, dass dieses Remdesivir halt ausläuft, ähm, dass das nicht mehr so viel verwendet wird, wobei das nach wie vor, ähm, Moment, haben wir das hier irgendwo, ähm, Covid, ähm, blablabla, hier unten, es hat trotzdem noch eine Milliarde zu beigetragen, aber halt vor einem Jahr waren es noch zwei Milliarden. Das, was spannend ist, ist das hier unten, und zwar, was eigentlich erwartet worden ist, ähm, bei dem Unternehmen, weil, da geht es jetzt langsam ein bisschen nach oben, ähm, ähm, und zwar, man hatte hier erwartet nur 6,5 Milliarden, ähm, 6,5 EPS, und letztendlich sind es geworden 10% mehr, und auch was die kompletten Sales anbelangt, da hatte man hier einen Konsens, ähm, waren irgendwie 14, äh, 24, 25 Milliarden in etwa, und es ist quasi eine Milliarde mehr, obwohl dieses Medikament ja hier eine Milliarde nach unten geht, ähm, steigt der Umsatz dennoch, das heißt, es ist jetzt langsam so, Gilead hat über die letzten Jahre immer wieder das Problem gehabt, man hat gekauft, 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 viele Unternehmen aufgekauft, deswegen ist der Gewinn so eine Sache, das ist halt hier, die haben halt Abschreibungen hoch 100, ähm, deswegen ist der bereinigte Gewinn da deutlich, ähm, attraktiver, oder wir können auch den freien Cashflow uns angucken, das läuft quasi ähnlich, der Gewinn ist halt bei Gilead ein bisschen verzerrt, ähm, die haben gekauft alles Mögliche, und es hat nicht so richtig funktioniert, und jetzt scheint es so langsam zu klappen, dass Gilead so langsam, ähm, die ganzen Akquisitionen, die sie in der Vergangenheit getätigt haben, dass sie sich jetzt materialisiert, und dass sie jetzt langsam nach oben geht, und das freut mich natürlich, ich habe das Unternehmen, ja, was drei Jahre lang im Sparplan gehabt irgendwie, und da ist nichts passiert, und ich dachte immer, okay, die kaufen so viel, und immer so vielversprechende Sachen, wenn man sich diese Artikel durchliest, das klingt immer alles super vielversprechend in dem Biotechnologie-Sektor, oder wie heißt denn der genau, ähm, ja, Biotechnologie-Sektor, aber irgendwie kommt halt nie was bei rum, und jetzt scheint es so zu sein, dass es endlich bei Gilead den Satz nach oben gibt, ich habe auch nicht so eine ganz große Position, ich glaube 3.000 Euro oder sowas, ähm, aber, okay, und jetzt sieht man natürlich hier auch, bis vor kurzem gab es noch 4,7% Dividend, und jetzt gibt es nur noch 3,5%, aber mal gucken, jetzt ist es für mich eigentlich wieder interessant, da mal einzusteigen, weil jetzt scheint das so ein bisschen sich gedreht zu haben, ich warte mal noch die nächsten Quartalszahlen ab, ich hoffe, dass das Unternehmen da nicht nochmal einen Sprung von 20% gemacht hat, ähm, aber ab jetzt wird Gilead durchaus wieder spannend, und zum Abschluss noch eine Sache, und zwar natürlich, die Performance in diesem Jahr, ähm, sehr gut, sehr gut, das ist das erste Mal seit langer, langer Zeit, dass ich, es ist ja jetzt noch nicht abgeschlossen, dass ich eine bessere Performance habe, mal wieder als der MSCI World, ähm, was habe ich hier im Fakt, die Vergleichs-ETFs, achso, das ist natürlich große Klasse, ihr könnt es gar nicht sehen, guckt mal so, ähm, so, ah, das ist ja ein bisschen, ein bisschen klein, ich hoffe, oh, ich hoffe, ihr konntet es alles sehen, also wir haben ein Schwarz-Main-Depot, dann haben wir hier, ich gehe hier mal drüber, so, da könnt ihr euch das angucken, so, also ich habe auch im Summe jetzt eine etwa leicht negative Performance, aber quasi alle anderen ETFs haben natürlich auch eine negative Performance, und von daher, wir können hier mal noch jetzt seit dem, seit Auflegung, habe ich jetzt doch es geschafft, okay, den S&P-Verfahren, und da bin ich jetzt meilenweit dahinter, den hatte ich noch bis 2020, aber dann, also 2020 und 2021 war deutlich schlechter als der S&P-Verfahren, da braucht man nichts zu sagen, aber, ähm, hier Anfang des Jahres war sogar der MSCI World noch ein Stückchen vorne bei mir, und jetzt ist es so, dass ich doch den MSCI World, ähm, ja, übertrumpft habe, und sogar mit 10% hinter mir gelassen habe, in der langfristigen Betrachtung, das ist natürlich eine schöne Sache, aber ist natürlich nur eine Momentaufnahme, mal gucken, Entschuldigt bitte, mal gucken, wie es dann in einem Jahr aussieht, so, soviel zu meinen Top 5 in diesem Jahr, also ist Werte, die sind davor hier noch nie vorgekommen, in meinem, wobei Shell hatte, glaube ich auch schon nicht, keine ganz schlechte, ähm, Rendite, aber in diesem Jahr hat es in die Top 5, ähm, geschafft, ansonsten natürlich die beiden Rüstungskonzerne, okay, ähm, traurig habe ich mich lange zu geäußert, und zwei Biotechnologieunternehmen, aber, das erste Mal kein, ähm, Big Tech dabei, kein Nike dabei, weil die Werte sind alle, ähm, können wir nochmal gucken, wie die im, im Depot Performance, Mann, 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 Moment, wo, hier muss ich drauf, auf die, ähm, Wertpapiere, und zwar auf das aktuelle Jahr, ähm, wie haben die abgeschnitten, okay, lieber machen wir mal andersrum, meine ganz gruseligen Investments, ja, hier, Microsoft, minus 21%, na gut, Nike minus 26%, ähm, okay, ähm, geht schon noch, geht schon noch, gibt es viele Werte, die in diesem Jahr schlimmer gelaufen sind, ich habe halt doch ziemlich langweilig, ist 0815 Depot, da ist es nicht ganz so schlimm gewesen, so in diesem Jahr, so, lange Rede, kurzer Sinn, wünsche euch noch ein schönes Weihnachtsfest, genießt die Zeit, mit der Familie soll es gewesen sein, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder, bis dahin.